Was bisher geschah Looks like it We ran all the way Give it a rest, Taylor Now I know if I'm in an accident I won't rely on you or Courtney for help You can hang out with Kate Or Max Oh Gott, was ist die denn für ein Emotion Oh Gott Jesus Jesus Riesen Chicken Giant Hin Hier Kate Ich brauchte Weise I wanted proof David was in your face I thought he was different I'm happy to see that somebody cares Kate I actually do care So what's the story with you and David Well He's a total paranoid ass He thinks I'm part of the vortex club Yeah right Was is that the file Was is with the video What about this video And I swear I haven't watched it I can't even watch it Max Werde ich auch nicht I won't either Thank you Max You know how humiliating this is for me I know this sucks Kate But Tell me about the video and maybe I can help Basically I went to one vortex club party And ended up making out with a bunch of people And I have no memory of it Mhm Das liegt nicht nach dir Das ist nicht genug um die abzuschießen Not enough to get wasted is it I don't get wasted Ever I take a sip at church And I don't end up on a viral video Okay Did somebody drug you I remember I remember getting sick And dizzy Go on Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital Nathan Oh god Nathan Prescott Oh shit He was being nice for a change when he offered to help me He's the opposite of nice What next All I recall is driving for a long time And I woke up in a room I thought it was a hospital because it was so white and bright Go on I'm listening Somebody was talking to me in a soft voice I thought it was a doctor Until I heard Nathan And felt a sharp sting in my neck And And Und Was dann And That's all I remember I don't know what happened I woke up outside my dorm room the next day I didn't have any marks or bruises But I felt gross So Who took the video of you at the party I have no idea Probably Victoria She was there being her mean self Jesus Kate I'm sorry This is serious shit How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading What if my church sees that? I need to know what to do Kate We'll figure it out I'll check back later, okay? Thanks, Max You can put my book here near my bag Hmm Okay, das ist ein bisschen Komisch alles irgendwie Das läuft alles nicht so richtig ab So, Max Can I ask you a question? And please be honest Absolutely, Kate Anything I need to find out If Nathan Prescott helped me Or hurt me after that party Should I go to the police? Hmm Such nach Beweisen Ohne den kannst du nicht Zur Polizei gehen Das ist das Problem If you do that They won't believe you You're on video Grabbing it all those guys And they'll use that Against you Bad But I know I was Trugged That's what you have to prove Not them I'm just telling you How the cops in school Will look at this The video doesn't exactly Back you up You make me feel so hopeless No, no, Kate I just don't want you To get hurt anymore That seems impossible At this point So that's your answer? I think we should wait There are other things going on That might help you But not right now So I can walk down the halls With people calling me a viral slut Thanks, Max Yo, Zickenalarm Zickenalarm Das ist ja immer Das wird ja immer schlimmer Mit denen, ey Boah Wir können nicht einfach nur Jedes Mal zur Polizei Gleichgerin und sagen Ich glaube wir sollten langsam mal zu Chloe Aber kommen wir noch zu Max Essen To Worts Bis später Warnstrich nicht deine Finger Wenn du so viel schreibst Yeah, Frühstück Keines Weilies Okay, wir lassen jetzt Victoria Und Gehen jetzt Zum Essen mit Chloe Yo Wir könnten natürlich auch heute noch Victoria befragen können Und uns rummachen können Mit Cates Totale beschissene Kaki Yo Das kannst du selber machen erstmal Wir müssen uns um eine Freundschaft kümmern Meine wichtigere Freundschaft Wichtigere Freundschaft So Na du Bekloppte So Schauen wir mal Durch die Nummer Das ist jetzt ein Vater Ich weiß darauf hin Dass gegen meinen Sohn Was gerichtete Verleumdungen In der Presse Mit vielen Anwälten Und juristischen Folgen Einhergehen Nicht der Erste In der Blackwell Der das versucht Ich hoffe Sie sind der Letzte Ich dachte Jetzt als höfliche Warnung Ha Du Arsch Alter Du Bekünder Danke 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 Du bist ein Du bist ein Badass Warnung I owe you Oh yes You do I got knocked on my ass By that dick I'm some personal superhero You're a real everyday hero You stood up to a bully And it was awesome Even though you left me With said bully And ran off with that girl She's pretty punk rock How do you know her Nur eine Piratin Wir behalten die Namen Für uns Just a pirate I used to know I bet you were glad to see Your blast up in that truck Like a rockstar Which begs the question Why is Nathan Prescott Getting psycho on you Ich hab ihn vor pfiffen I busted him in the bathroom yesterday With a gun I'll give you the story later Principal Wells is taking care of it now I hope We heard fucking week Like that bizarro snowfall yesterday Speaking of dystopia That driving is having a 70s planet of the apes marathon Let's go ape Na danke erstmal No I don't think I can concentrate on going out to the movies I just feel like escaping Fine Be a damn dirty human I'll go eat myself Wow Nicht gleich angepisst sein man Warum die macht dich alle angepisst sind Das verstehe ich nicht Ich verstehe es einfach nicht Alles die was hier Jetzt streiten sie schon wieder David talking to Nathan Cannot be a good thing Oh Das hat was zu tun mit Kate Oder Rachel Wir hören wieder ein bisschen Musik Das Lied hatten wir doch schon mal Oh es ist ein ziemlich geiler Sonne eigentlich Ich versuche ein bisschen drüber zu quatschen Weil Ja Copyright und so Und YouTube mag da ein bisschen rum Und ja Blablablabla Und jetzt machen wir uns jetzt so auf den Weg zu Chloe Um Hier ein bisschen was zu frühstücken Mal ein bisschen zu philosophieren Was so die letzten Tage Oder die letzten Tage so abging Das war ja wirklich echt crazy Da hinten ist der Leuchtturm Das heißt hier ist die Straße Auf der der Tornado direkt zuhüllt Oh Mein Gott Es ist jetzt nicht gerade so Dass hier Wenig Leute leben Oder so Aber Es könnte ein Mittelprächtiges Problem geben Hier Hey schlaf nicht ein Nicht einschlafen Verpasst uns deine Ausfahrt Der Bus kann nicht blinken Wo ist der Leuchtturm? Na Da ist der Leuchtturm Heftig Heftig Ich bin echt gespannt Wie die ganzen Episoden ausgehen Boah Gänsehaut Gänsehaut Wenn ich daran denke Was so kommen könnte Wir sind dort Dort Und jetzt Blackwell Academy Transportation So Und in der nächsten Folge Gästehaut Gästehaut Five Let's talk about Your superpower I don't have Any explanation And I can't explain Why I saw That crazy fucking Tornado Come on, that's just a daydream. I want proof you can rewind time. This is all happening so fast. We'll start slow. Right here. Now. I can tell you every single thing you have in your pockets. You have x-ray vision, dude? I don't even know what's in my pockets. Let me see.